Wir haben jetzt Winter und ein richtiges Sauwetter. Es gibt keine Sonne und wenn die Sonne rauskommt, dann auch nur ganz kurz. Pflanzen brauchen also Kunstlicht und da habe ich mir was gedacht. Ich habe mir eine Growbox gebaut und diese LED-Paneele, die du hier siehst, die ist bei Amazon und Ebay zu kaufen, findest du alles in der Beschreibung. Da habe ich versucht, das Maximum rauszuholen und was ich damit gemacht habe, zeige ich dir jetzt im Video. Die Lichter haben einen sehr geringen Abstrahlwinkel, was für LED typisch ist. Das bedeutet, dass sie relativ gerade nach unten strahlen und nicht zu den Seiten wie Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren. Und dementsprechend ist es mittig unter so einem Paneel unter den LEDs am hellsten, während die Ränder kaum Licht abbekommen. Hier auf dem Foto siehst du einen ersten Versuchsaufbau ohne irgendwelche Wände, sonst irgendwie dergleichen, um an den Rändern die Messwerte zu erhalten. Und man beachte auch die Katzenfutterverpackung, auf welchen die LEDs installiert sind. Bei diesen Paneelen, die effektiv 15 Watt verbrauchen, bei Amazon werden sie mit 75 Watt beworben, sieht die Verteilung wie folgt aus, wenn ich zwei davon nebeneinander installiere. Auf dem Foto hier mögen die Ränder vielleicht nicht so dunkel erscheinen, aber das Messgerät lügt nicht. Während unterhalb der Module 11.000 Lux bei einem Abstand von 30 cm zum Boden herrschen, treffen an den Rändern teilweise nur noch 2.000 Lux auf dem Boden. Bevor wir diese Werte einordnen können, müssen wir zuerst einmal verstehen, was Lux sind. Vielleicht sind 2.000 Lux ja ausreichend für eine Pflanze. Wie viel Lux braucht so eine Pflanze? In der Literatur finde ich, dass man ungefähr bei 2.000 Lux von halbschattig spricht. Dabei muss das Licht mindestens 10 Stunden brennen, damit die Pflanze nicht in eine Ruhephase eintritt, weil die Tageslänge so zu kurz wäre. Fleischfressende Pflanzen hingegen sind nicht an einen Halbschatten gewöhnt, sondern brauchen in der Regel vollsonnige Standorte. Hier geht man dann von mindestens 3.000 bis 5.000 Lux für 10 Stunden aus. Das Optimum erreichst du zwischen 10.000 und 12.000 Lux. Bei besonders sonnenhungrigen Pflanzen wie Heliamphora sollten es dann zwischen 15.000 und 18.000 Lux sein. Und wie schon gesagt, die 10 Stunden Sonnenschein sind ein Muss. 12.000 bis 14.000 Stunden sind wesentlich besser. Ich habe mir zum Testen aus Pappkarton eine 56 x 36 cm große Kiste gebaut und diese innen mit Aluminiumfolie ausgekleidet. Und ich konnte die Lichtintensität damit an den Rändern zwischen 167 und 225% steigern. Und somit konnte ich die Fläche, die eigentlich nur in der Mitte nutzbar war, verdreifachen. Während in der Mitte weiterhin 11.000 Lux herrschen, gibt es nur einen geringen Abfall zum Rand auf 6.500 bis 8.000 Lux. Und diese Werte sind völlig ausreichend für die meisten unserer Pflanzen, für die meisten Saracenien und Dionaea sowieso. Die Ausbeute könnte man noch weiter erhöhen, indem man stärkere Lichter wie die von Sansi oder Spiderfarmer zum Beispiel verwendet. Diese sind qualitativ wirklich hervorragend und man kann mit ihnen noch größere Pflanzen, auch Heliamphora, sehr gut kultivieren. Aber sie produzieren sehr viel Abwärme. Man muss auch bedenken, dass ich nur in 30 cm Höhe gemessen habe. Viele Pflanzen wachsen bereits mehrere Zentimeter über dem Boden. Das heißt, der Abstand ist dann nicht mehr 30 cm, sondern noch 25 oder 20 cm. Und wenn man dann nur noch 20 cm Entfernung hat, ist die Intensität noch höher, aber auch die Hitze. Wie du ganz am Anfang gesehen hast, bevor ich die Wände installierte, konnte die Wärme einfach in den Raum entschwinden und ebenso die Luft. Und nun steckt beides in der Box und kann nicht raus. Meine Lösung? Ich habe einen 80 mm PC-Lüfter an der Seite befestigt, der im Moment durchgehend läuft, weil er an eine Batteriebox angeschlossen ist. Das manuelle Ein- und Ausschalten ist mir halt eben zu lästig. Man könnte die Batteriebox gegen ein 12 Volt Netzteil tauschen, aber ich wollte da jetzt keine 10 Euro für ausgeben. Wenn du wissen möchtest, wie man so einen Lüfter mit einem Netzteil verlötet und zusammenbaut, dann kannst du gerne in den Kommentaren das schreiben. Dann werde ich ein kurzes Video auch dazu machen, wie man so einen PC-Lüfter über ein handelsübliches 12 Volt Netzteil anschließt. Wie hoch sind die Kosten? Das Ganze kostet eigentlich gar nicht so viel Geld. Wenn ich von 340 Wattstunden täglich ausgehe, das sind 10 Stunden am Tag mit den 15 Watt LEDs und der Lüfter braucht 4 Watt die Stunde und die Pflanzen 120 Tage darunter stehen und das bei einem Strompreis von knapp 30 Cent, dann legen die variablen Kosten bei 12 Euro im Jahr für 0,2 Quadratmeter. Also pro Quadratmeter sind das dann 60 Euro. Natürlich könnte man das jetzt auch mit einer Solaranlage und Batterien kombinieren, aber dann würde das nicht mehr so günstig werden. Mein nächster Schritt wäre dann, das Ganze robust aus USB-Platten zu bauen, wie du hier sehen kannst. Ein Quadratmeter USB-Platte, 12 Millimeter, kostet ca. 5,29 Euro. Ich brauche 0,75 Quadratmeter plus den Verschnitt, also lang liegen wir bei wirklich einem Quadratmeter, 5,29 Euro. Die Scharniere, ich habe in dem Fall keine Scharniere genutzt, sondern solche Haken, weil die Tür sonst zu schwer wäre. Äh, Haken, Winkel. Und die haben zusammen 3 Euro gekostet. Der Lüfter kostet 5 Euro. Man könnte auch einen 120 Millimeter Lüfter nehmen, der ist wesentlich leiser. Und das entsprechende Netzteil würde 10 Euro kosten. Und die LED-Paneele, die kosten 60 Euro. Bei dem Netzteil und dem Lüfter müsste man ein wenig basteln und die Kabel verlöten, beziehungsweise es reicht ein Ineinanderdrehen und Abkleben, beziehungsweise mit Schrumpfschlauch darüber zu gehen. Und wir arbeiten hier mit 12 Volt und nicht 230 Volt, daher ist es auch ungefährlich. In Summe sind das 83 Euro Fixkosten. Und mein Fazit ist, wenn du richtig Bock hast auf Basteln, dann ist das was für dich. Unten in der Beschreibung findest du alle Baumaterialien. Und auf meiner Website findest du auch die Bauernleitung dazu. Bleib gesund, wir sehen uns, bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017